Die bizarre Putin-Trump-Horror-Show Der Gipfel von Helsinki zeigt, in welchem erbärmlichen Zustand unsere Medien sich befinden. Von Jens Berger Die zwei mächtigsten Männer der Welt treffen sich, sprechen unter vier Augen über einige der drängendsten Themen der Gegenwart, verständigen sich in vielen Punkten und läuten damit vielleicht sogar eine Tau-Phase im neuen Kalten Krieg ein. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass die Kommentare zumindest verhalten positiv ausfallen. Eine Übersicht über die Reaktion auf das gestrige Gipfeltreffen in Helsinki zeigt jedoch, wie naiv heutzutage der Gedanke an konstruktive, vielleicht sogar im Ansatz objektive Journalisten ist. In den Leitartikeln des heutigen Tages wird der Gipfel mit einer massiven, kaum mehr fassbaren Aggressivität kritisiert. Die Schreibtischkrieger gieren nach Konfrontation und lehnen den Dialog ab. Der Zustand der Medien ist einfach nur noch erbärmlich. Ein kleines Experiment zu Beginn. Versuchen Sie doch bitte einmal selbst, sich über die großen Nachrichtenportale einen neutralen Eindruck zu verschaffen, was die Präsidenten Putin und Trump gestern auf ihrem Gipfeltreffen in Helsinki überhaupt besprochen haben. Sie werden scheitern, so wie auch ich bei den Recherchen zu diesem Artikel in diesem Punkt gescheitert bin. Stattdessen werden sie auf meinungsstarke Kommentare treffen, die sich in ihrer geballten Arroganz und Ignoranz bestenfalls graduell unterscheiden. Wer Probleme damit hat, unsere großen Medien als gleichgeschaltet zu bezeichnen, sollte wohl erst einmal für ein paar Tage in die innere Immigration flüchten, denn dieser Standpunkt ist nach der Lektüre der Gipfelberichte kaum mehr aufrecht zu erhalten, wie unsere kleine Presseschau zeigt. Innerhalb des Artikels finden Sie einige weiterführende Verlinkungen. Den Beginn soll Matthias Kolb von der Süddeutschen machen. Kolb findet es bizarr, dass Donald Trump kein kritisches Wort an seinen Gipfelpartner Putin über die Lippen ging. Es fehle jegliche Kritik am autokratischen Kreml-Chef. Kein Wort zur Annexion der Krim, nichts zur Einmischung Moskaus in die US-Wahl 2016. Trump hätte auch den von Russland geführten Krieg in der Ostukraine und den Giftstoffeinsatz im britischen Salisbury anführen sollen. Da kann man nur staunen, über welch exklusive Insider-Infos Kolb verfügt. Was Trump und Putin in ihrem fast dreistündigen Gespräch besprochen haben, wissen nämlich nur sie selbst und ihre Dolmetscher, sicher aber nicht Herr Kolb von der Süddeutschen. Der kann nur bewerten, was in der anschließenden Pressekonferenz gesagt wurde. Und da kamen die aufgeführten Themen außer der unsinnigen Story aus Salisbury sehr wohl zu Wort. Nur eben in einer konstruktiven, bisweilen sogar versöhnlichen Tonart. Dass dies einem Vertreter der deutschen Medien, die in ihrer Russlandkritik schon längst nur noch auf Maximalstufe hyperventilieren, nicht gefallen kann, ist zumindest nachvollziehbar. Aber in der Sache führt dies auch nicht weiter. Vielleicht kann Herr Kolb ja mal in die Archive steigen und recherchieren, ob Ronald Reagan seinen gegenüber Michael Gorbatschow auf dem historischen Gipfel von Reykjavik 1986 vor der Weltöffentlichkeit wegen des Kriegs in Afghanistan gerügt hat und ob George Bush 1990 beim Gipfeltreffen von Helsinki die Menschenrechtslage in der Sowjetunion angeprangert hat, wäre auch mal eine interessante Frage. Gut, dass Kolb nur Journalist ist. Als Paartherapeut wäre er mit seiner Strategie stets mit möglichst schrillen Vorwürfen an den Gegenüber in konstruktive Gesprächssitzungen zu gehen, sicher schon bald pleite. Da kann er sich mit seinem Kollegen Julian Hans von der Süddeutschen zusammentun. Der wettert nämlich auch gleich über die angeblich nicht zur Sprache gekommene Unterstützung für den Giftgasmörder Assad, den Abschuss eines Passagierflugzeuges durch eine russische Rakete und bitte festschnallen die Attacke russischer Hacker, Staatsmedien und Trollarmeen auf die Demokratien in Amerika und in Europa. Unter diesen Vorzeichen sei offenbar kein Dialog möglich. Das ist inhaltlich falsch, wie wir auf den Nachdenkseiten schon mehrfach festgestellt haben und zudem sehr einseitig. Drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Warum kritisiert Hans eigentlich weder die Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo noch die Völkerrechtsverletzungen durch den Drohnenkrieg, den die USA in sieben Ländern der Welt ohne UN-Mandat führen? Hat Putin dies angesprochen? Hat er eine Schließung von Guantanamo zur Vorbedingung für den Gipfel gemacht? Warum nicht? Ist ein Dialog mit dem Präsidenten eines Landes wie den USA, das systematisch internationale Regeln bricht, denn überhaupt möglich? Ja, und mehr noch. Ein Dialog ist in solchen Fällen nicht nur möglich, sondern nötig und wohl sogar alternativlos. Denn wie soll man denn sonst konstruktiv die Mängel beseitigen? Doch Julian Hans hält von konstruktiver Zusammenarbeit nichts. Er titelt ja auch, warum sich die Europäer wieder fürchten müssen. Wenn sich die Präsidenten der USA und Russlands konstruktiv treffen, müssen die Europäer sich also fürchten? Früher war es mal genau andersherum. Was für ein krudes Weltbild muss man eigentlich haben, um Moskau-Korrespondent der Süddeutschen zu werden? Erwartungsgemäß genauso katastrophal fällt die Bewertung von Clemens Vergens schon beinahe kindisch-bockigem Gipfel-Resümee und dennoch war das Auftreten Trumps eine Katastrophe aus. Vergine bedient sich dabei eines besonders perfiden Tricks. Er wirft komplett haltlose Befürchtungen in den Raum, die er dann als Worst-Case-Szenario abarbeitet. So ist Vergine beispielsweise erleichtert, dass Trump keinen russischen Einflusszonen in Europa zugestimmt hat. Bitte was? Von so etwas war doch nie auch nur im Ansatz die Rede. Vergines transatlantischer Kollege Klaus-Dieter Frankenberger wirft in der FAZ in diesem Kontext sogar das Schlagwort Yalta II in den Raum. Zur Erinnerung, in Yalta haben Stalin, Roosevelt und Churchill im Frühjahr 1945 das kontinentale Nachkriegseuropa in ihre Einflusszonen aufgeteilt. Vergine und Frankenberger suggerieren damit, dass Trump und Putin 2018 tatsächlich ebenfalls Kontinentaleuropa in eine amerikanische und eine russische Einflusszone aufteilen wollen. Das ist derart absurd und grotesk, dass man nicht weiß, ob man nun lachen oder weinen soll. Und auch ansonsten sind die beiden transatlantischen Schreibtischkrieger einig. Der Gipfel sei per se eine schlechte Sache, da Putin nun rehabilitiert sei. Was für ein Unsinn! Und sonst? Roland Nelles findet den Gipfel im Spiegel zum Gruseln. Sein FR-Kollege Karl Dömens spinnt den Gedanken weiter und fabuliert von Trumps Horrorshow. Beide echauffieren sich über Ungeheuerlichkeiten, Verschwörungstheorien, Männerfreundschaften, Kumpaneien und Deals und scheinen eine neue Form des Brüschitt-Bingos zu spielen. Wer in seinem Leitartikel als erster die Begriffe Menschenrechte, Pressefreiheit, Demokratie und Völkerrecht unterbringen kann, hat gewonnen. Bizarre. Der erste Platz im Skurrilitäten-Kabinett gebührt heute jedoch einmal mehr der Tagesschau. In einem nur noch absurd zu nennenden gespielten Interview im extra angesetzten Brennpunkt dürfen sich dort die Korrespondenten Udo Lelischkis und Stefan Niemann krude Interpretationen geben und sich gegenseitig in ihren Verschwörungstheorien bestärken. Die Pointe? Trump kann nur deshalb Putin nicht angegriffen haben, weil der irgendetwas gegen ihn in der Hand hat. Quelle? Spekulationen aus Washington. Na toll, und so etwas in einem Nachrichtenformat, das doch tatsächlich den Anspruch an sich gesetzt hat, der Benchmark in Sachen Qualitätsjournalismus zu sein. Es ist zum Haare raufen. Ginge es hier um Profanitäten, könnte man auch herzhaft lachen, doch das Thema ist bitter ernst. Die selbsternannte vierte Gewalt nimmt außen- und sicherheitspolitisch eine immer arrogantere, aggressivere und konfrontativere Linie ein. Das hatten wir schon mal. Wie es so weit kommen konnte, dass Teile des deutschen Volkes sich vor nicht einmal 80 Jahren einen Krieg geradezu herbeigesehnt haben, beschreibt Stefan Hafner in seinem sehr lesenswerten Buch »Von Bismarck zu Hitler« sehr anschaulich. Wie viele andere Historiker schreibt auch Hafner den Journalisten einen großen Teil der Verantwortung zu. Sollte es wirklich zu einem neuen Krieg mit Russland kommen, werden Historiker mit Sicherheit auch Schreibtischtäter vom Schlager eines Udo Lilischkis zur Rechenschaft ziehen. Er und seine Kollegen tragen dazu bei, die Koordinaten der Öffentlichkeit zu verschieben und treten dabei in die Fußstapfen der unseligen Vertreter der Zunft, die Hafner nicht einmal mit dem Allerwertesten angesehen hätte. Was Bild, die Tagesschau, FAZ, SZ, Spiegel und Co. heute abliefern, ist wahrlich erbärmlich.